und währenddessen machen wir uns mal eben ganz viele Fackeln haben wir 201 Fackeln das sollte dann wohl auch erstmal genügen ach man, oh man, oh man ja nun fliegen wir ein bisschen schneller, ich hab keine Zeit ich hab keine Zeit für dich schaffst du es? naja und was meint ihr schönes gerade? schreibt es in die Kommentare hehehe, nein ah das ist doch doof ah, dann kann ich mir ganz kurz mal die Zeit nutzen und mir was zu trinken einkippen wenn wir eh noch nicht da sind weil mir ist nämlich wirklich echt, ich weiß gar nicht warum es so warm ist kann aber natürlich jetzt auch nicht aufstehen zum Fenster gehen ich könnte nicht aber mein Arbeitsplatz hier verlassen so dann trinke ich lieber und wenn ich mit dem Fenster aufmache, ist es kalt will ich auch nicht so, runter da wir bis jetzt eben nach rechts gegangen sind, gehen wir jetzt nach links oder gleich hier alles wieder auf uns wartet wir nehmen ja, wie ihr schon wisst, alles mit was zu finden und sobald die nächste, der nächste Sand kommt, boteln wir es wieder runter so, alles mitnehmen aber jetzt lohnt es sich auch wieder, jetzt brauchen wir nämlich kein Holz mehr da ist Sand da ist Sand da ist Copper da ist Sand da ist Copper so so bringen wir es jetzt irgendwo hin natürlich jetzt gerade nicht mehr war ja klar oder? hier geht es noch runter vielleicht Leersand hier da ist er gibt noch wieder Eisen oh schön schön aber obwohl nein, nicht schön hat er sich gebracht dann wir kommen ja immer wieder raus hier so Geht weg von mir, ihr nervt mich, das ist jetzt halt ein Baum, ey ich fasse es ja nicht Los geht weg von mir, ihr seid böse, ihr seid übel, so, oh ne Kiste, bevor wir drunter buddeln Was haben wir drinnen, ne Bombe, Kupf, aaaah ne Stahl, ok das heißt du sagst, so, meine Freunde Spolen wir uns mal hier lang, obwohl wir können gleich noch mal hingehen, ich hab mir eben eine Idee, wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir uns mal eben kurz hier das Eisen raus, machen uns neues Eisen, bzw. machen wir uns erst Kupfer, 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 ah wir haben Kupfer hier eingelagert, stimmt ja, müsst ihr auch gleich mal aufräumen, hier ist schon wieder alles voll mit meinem ganzen Invent, also das Inventar ist mir voll mit irgendwas, so, einmal eben das Kupfer einschmelzen, so, was haben wir da schon schönes drin, die Tür können wir hier schon mal reinhauen, das hauen wir mal eben da hin, das tun wir hier mit hin, das tun wir da, die Bombe, das tun wir da mit hin, Knochen tun wir hier oben mit hin, das kommt da hin, was ist das denn, was ist das denn, so, das ist ein Wettling, kommt da mit hin, wisst ihr was, im Endeffekt lohnt es sich jetzt gerade gar nicht so zu machen, alles, weg, was wir hier nicht brauchen, das weg, 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 das behalten wir noch, so, damit haben wir das Kupfer, dann wollen wir nochmal das Eisen einschmelzen, währenddessen können wir mal eben den Copper, das Copper Chesspiece kaufen, aber das haben wir nicht an, ne, ne, wunderbar, weil dann können wir nämlich, ich weiß ja nicht, wie teuer das ist, die Factor's Chesspiece kostet 35, gut, die haben wir auf jeden Fall gleich, ähm, nein, falsch, so, die haben wir jetzt, da war gerade irgendwas, aber nicht das, was ich besucht habe, schade, die Factor's Chesspiece, so, dann haben wir das jetzt auch, und dann kann das da hin, das sieht trotzdem noch gleich aus, wir können auch so rumlaufen, aber das finde ich doof, also so, und somit haben wir die Rüstung jetzt komplett, dann kann das hier eben raus, so, tun wir das da oben rein, Kupfer da hin, Silber da, wo es hingehört, Eisen, da, da, dann haben wir nur das hier, und das, und das, und das, und das, dann nehmen wir das Lager, äh, wir haben noch Fleisch gehabt eben, ach, das war jetzt hier drin, so, das nehmen wir mit, das machen wir das eben über dem Lagerfeuer fertig, eben kurz gucken, haha, gucken, hehehe, ach ja, so, jetzt gib mal Gas hier, komm, unfassbar schneller, schaffst du, sonderbar, so, und dann, äh, Walk2Planet, genau, dann wieder anders hinsetzen, sowie immer noch Scannen von mir, kurz das, die Bandage nehmen, jetzt halten wir auf jeden Fall eine ganze Menge mehr aus, so, wo wollten wir uns denn eben runtergraben, ist die Frage, geht's weg von mir hier, ich glaub da nicht, so, hier sind gerade Frame-Probleme, warum auch immer, ich glaub hier, ah genau, hier haben wir angefangen zu graben, wunderbar, so, dann fahren wir mal, gucken, was da auf den Zug kommt hier, ah, ah, krasses Ding, einmal hier runter, oh, hier kommen wir ins, ja, geil, jetzt nichts, gut, dann haben wir das schon mal geklärt, gehen wir weiter, oh, da fängt das Kupfer, aber jetzt brauchen wir eigentlich Platin, ne, damit wir unsere Spitzhacke verbessern können, aber selbst das finden wir auch im Sand, haben wir jetzt schon irgendwo gekillt, ne, ne, machen wir auch nochmal einmal, jetzt wollen wir erstmal hier ein bisschen rumlaufen und mal ein bisschen uns hier alles angucken, wir sind da noch, so viel haben wir ja noch nicht gemacht, so, du böses Vieh, ich geh weg, so, runter, da ist Eisen, und ne Höhle anscheinend, können wir eigentlich runtergehen, aber nö, so, da können wir mal reingehen, hier ist nämlich Kohle, und hier ist Sand, wenn wir schon mal hier sind, seht ihr das, das ist doch mal voll geil, einfach mal so alles runtergefallen, ohne wenn, aber, das ist das, was ich meine, aber dann, das ist so krass gemacht, ey, das ist geil, wow, ob ich viel Kohle runterfällt, ich will die Kohle haben, wow, wie cool ist das denn hier, nehmen wir auch mal eben alles mit, wenn wir schon können, nehmen wir alles mit, so, da haben wir dann Eisen runtergerutscht gerade, du lass mich hier mal irgendwie raus wieder, so, so, da haben wir wieder mehr Kohle, Kohle können wir auch immer gut gebrauchen, gerade jetzt, wo wir auch noch Fackeln benutzen, noch benutzen wir sie ja, später brauchen wir sie nicht mehr so dringend wie jetzt, werde ich dann zu dem Zeitpunkt auch sehen, warum, was ich mache, oder was ich meine, jetzt gehen wir erstmal, äh, hier weiter rein, genau, Coopper Coopper So So Du buddeln einfach mal wieder runter, mal gucken was kommt. Ich buddeln mich hier gerne runter, in dem Spiel. Mal schauen, mal schauen. Was schaffst du? Wir haben jetzt Licht machen. Ne, hier buddeln wir uns mal vorbei. Ah, sonst! Wow! Wow, what the... Ah! Oh, cool, hier wird wieder alles runter. So. Ey, ich will das haben. Und das Album hier nehme ich auch mit. Ihr kennt das ja mittlerweile nicht anders von mir. Ich nehme alles mit, was ich jetzt für die Finger kriege. Oh, hier Sand, wie kommt denn du dahin? Kode. Sand. Dunkel. Sand. Dunkel. Sand. Und? Oh, wie viel Sand ist denn hier? Krass. Eine Sandbank! Eine Sandbank! Eine Sandbank! Was ist Kupfer? Nehmen wir mit. Und nur ein Stück Kode. Das nehme ich jetzt aber nicht mit. Oh! 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 Wunderbar! Krasses Ding! Alles mit dem! Alles, alles, alles! Oh! 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 Wow, jetzt hier. Krass, oder? Oh, hier ist alles dunkel. Krasses Ding, wo bin ich denn hier gelandet? In einer richtigen Höhle. Wow. Ja, ich weiß nicht, was für eine Art wir hier sind. Das ist ganz normal, dass hier so viel rumliegt. Dann ist alles verständlich. Aber alles mit dem. So. Das war fast jemand, jemanden. Nee, ja, kurz jemanden gibt's noch gar nicht hier. Ey. Runter. Komm hier, dann müssen wir alles weg hier. So. Alles weg, was geht. Oh, Savage Block. Gold. Und Schleim. Okay, ist das da oben. Platin, bitte lass es Platin sein. Ach, Silber. Unwichtig gerade. Also, warum ist noch Fieber? Vielleicht kommt da noch was Interessantes. So. Aber wie es ganz genau bei dir geht, sag ich mal einfach so. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Starbound. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss.